So, hallo und herzlich willkommen zu der neuen Mittwochs-Ausgabe. Leute, wir haben die Minispiele durch, es wäre nur noch eins gewesen. Und dann habe ich mir gedacht, machen wir doch heute mal die Sets. Sets sind, du kannst eine bestimmte Muskelgruppe quasi ansprechen, Oberarm, weiß nicht, Beine, Po, was auch immer. Und ich habe mich quasi für die Oberarme entschieden und ich habe keine Ahnung, wie lange das geht. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Und wir fangen an mit der, ähm, ja, Nackenfresse. Und los geht's. Kopf nicht zu weit nach vorne. Super. Spitze. Spitze. Du bist spitze. Danke, ich weiß. Weiter so. Leute, ich bin spitze. Gut. Ganz toll. Okay. Elegant. Ich weiß, dass es elegant ist. Super toll. Prima. Wunderbar. Noch fünf. Schön. Super. Genau. Noch drei. Okay. Super. Noch einmal. Okay. Perfekt. Danke. So. Prisepsbeuge. Was machen wir? Das rechte Bein und rinkeln es an. Das durchdrücken. Das rechte Bein so. Wir müssen das auch in der Kamera sehen. Und los geht's. Ja, aber das ist doch. Ne, das ist doch andersrum. Das ist doch so. Das Richtige für die Oberarme. Noch fünf. Jawohl. Fantastisch. Okay. Noch drei. Jetzt weiß er schon. Okay. Perfekt. Spitze. Spitzklasse! Danke, Mann. Gut, Seitenwechsel. Kein Ding. Und los geht's! Nicht den Rücken rund machen. Schön! Superklasse! Superklasse, ey! Ganz toll! Gut so! Gut! Noch fünf! Ey, nun mal so nebenbei. Jetzt spielt eigentlich Deutschland-Portugal. Äh, Deutschland-Portugal. Äh, Belgien-Portugal. Und ich bin hier am Schwitzen. Aber was macht man nicht alles für den Erfolg? Superklasse! Toll! Spitzenklasse! Noch einmal! Toll! Tadellos! Danke, Mann. Armdrehung! Hä? Die Arme drehen. Uno! Los! Uno! Okay! Das Richtige für die Oberarme. Okay! Hälfte geschafft! Uno! Los! Okay! Noch zehn! Uno! Noch fünf! Uno! Los! Sehr gut! Weiter so! Überkopfpresse! Und los geht's! Handgelenke anwinkeln! Erzeugt mehr Druck! Superklasse! Prima! Super! Alter, der nimmt mich aber auch dran hier doch! Jawoll! Fantastisch! Okay! Perfekt! Wunderbar! Super! Jawoll! Elegant! Superklasse! Spitze! Okay! Noch fünf! Gut! Wunderbar! Noch drei! Okay! Schön! Noch einmal! Okay! Wahnsinn! Bogenzug! Watt für dich! Und los! Ziele von deinem Gesicht weg! Spitze! Du bist spitze! Super! Super toll! Prima! Noch fünf! Okay! Alter, zittert das, Mann! Gut so! Toll! Noch drei! Genau! Weiter so! Wunderbar! Spitzenklasse! Noch einmal! Gut! Seitenwechsel! So kann ich das nicht! Und los! Ellbogen nicht sinken lassen! Ganz toll! Gut so! Jawoll! Weiter so! Superklasse! Noch fünf! Ganz toll! Superklasse! Okay! Noch drei! Schön! Fantastisch! Jawoll! Noch einmal! Gut so! Ja! Perfekt! Weitschritt mit heben! Was finde ich? Schwung von den Bewegungen! Two! One! Two! One! Two! One! Two! One! One! Hallo! Ich mach das noch nah! Two! One! Two! Noch zehn! Two! One! Two! Ich spüre den Rhythmus! Ich spüre den Rhythmus nicht! One! Two! Noch fünf! One! Was ist das denn hier? One! Two! One! One! Two! One! One! Toll gemacht! Mein Gott! Gestrecktes Kreisen! Was für den? Ich bin hier Frischling! Ach so! Das war falsch rum! Deswegen ging das nicht! Ne! Doch! Hä? Der war falsch rum! Preisen! Reisen! Preisen! 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 5! Arme strecken und drehen! Preisen! 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 Reisen! Noch 20! Preisen! Es ist geschafft! Reisi! 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 Noch 10! Reisi! 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 Ich krieg keinen Bruch, Kreisel! Reisi! Reisi! Reisen! Das war klasse! Kriegerhaltung 2! Was? Kriegerhaltung? Weit auseinander? Äh... Links und hebe beide Hände. Hallo! Was ist denn jetzt hier? Hallo! Langsam drehen! Genau! Etwas weiter drehen! Die Ringcon Hand nicht anwinkeln! Alter, das ist anstrengend! Etwas weiter zurück! Ein bisschen weiter drehen! Ah, das tut weh! Ist das hier Yoga oder was? Oh! Gut! Seitenwechsel! Beine wechseln! Ich hab' nur ein paar Beine! Ach so! Langsam drehen! Entspanne dich und über Anstrengung... Entspannen? Ich mach' Sport! Alter, das brennt! Beeput! Beeput! Und langsam zurück! Tadelnuts! Ah! 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 Ne! Ah! Ah! Oh! Hat einer gemerkt, dass meine Haare eigentlich on point sind? Leute, was soll ich da sagen? Besser geht's nicht, oder? Ja, und das meinte ich. Wir haben Sets gemacht, wir haben Oberarm-Set gemacht. Ist das Hammer oder ist das Hammer? Und damit verabscheue ich mich an alle Sportaktiven und Nicht-Sportaktiven. Äh, ne, äh, was? Danke, dass ihr eingestellt habt. Vielen, vielen lieben Dank! Ich bin auch täglich live auf Twitch.tv in Webmaster. Einfach nur das Plays verklassen, dann finden wir mich. Und, äh, ja, das war geil. Ich bin aber auch fertig. Bus geht raus an euch. Euer Marcel.